so das fliffen darfst den schlüssel geben und wo ist Hab ich. Okay, hau mit dem Truckboxer ab. Ich kann... Bei mir ist so eine Kette verdammte Scheiße machen. Ja, egal. Ich kann ihn auch abschleppen. Das ist kein Ding. Kommt schon. Och, ey. Sag mal, Sorani war das damals mit dir, wo wir uns im Heli gestritten haben quasi und Astral ist deswegen abgestürzt? Nein, ich hab nie mit Astral hier gespielt. Ich weiß gar nicht mit wem das war. Ja, los, 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 flieh! Da bin ich mit Astral und noch jemanden geflogen, hab dann ewig mit dem rumdiskutiert und irgendwann ist Astral in der Luft geblieben. Hat gesagt, einer springt jetzt ab. Dann ist am Ende keiner abgesprungen, da wollte Astral uns nur erschrecken und ist ganz nah am Boden geflogen und ist dabei aber aufgekommen, weil er das Manöver wahrscheinlich noch nie geübt hat. Ja. 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 Ja.